Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Crypto-Family, liebe Altcoin-Fans. Heute wird es Zeit, dass wir wieder in die Charts hineingehen bei den Altcoins und da einiges gemeinsam anschauen. Denn kann es sein, dass alle Altcoins sich aktuell in einer Bulltrap befinden oder ist es wirklich so? Haben wir den Boden gefunden und die Reise geht nach oben? Das alles möchte ich mit euch gemeinsam herausfinden nach dem Intro. Bis zum nächsten Mal. So, liebe Freunde, wir starten natürlich gleich mit CrowdSwap, respektive mit dem eigenen Haustoken von CrowdSwap, nämlich Crowd. So, ich habe euch damals ganz klar gesagt, wo wir stehen, dass wir in die Sending Chang machen, dass wir nach unten ausbrechen, haben aus diesem Grund auch diese Flex hier aufgebaut, um für das Huddle-Portfolio nachzulegen. Das haben einige sehr gut hinbekommen, muss ich hier mal an dieser Stelle schon mal gratulieren. Ja, und jetzt wird es interessant, Freunde. Ja, bewegen wir uns jetzt zu einem goldenen Cross oder wird es tatsächlich wieder so sein, dass wir fallen werden? So, aktuell könnte man ein bisschen daraus lesen, also ich würde jetzt mal sagen, dass wir diese beiden Flex hier wegnehmen, weil die brauchen wir nicht mehr, die Einstiege haben wir abgeholt. Was natürlich interessant ist, ist diese Bewegung hier, ja, und das weist sich aktuell gerade überall ein bisschen her. Das wäre ja hier ein Cup, ja, den wir gerade etwas auffüllen für den Cup und Handle, ähnlich wie ich es gerade beim Bitcoin-Video erklärt habe. Und was wir sehen, ist, dass wir hier einen Schritt weiter sind mit der EMA, ja, also wir sehen, dass hier die Schwarzlinie bereits wieder dabei ist, ein Flippening vorzubereiten mit der blauen Linie. Sollte das passieren, wäre das sehr, sehr bullish und würde somit ein Cup und Handle bestätigen. Bin da sehr gespannt, wie sich das herauskristallisieren wird. Gut, aktuell ist es sicher so, dass wir in der RSI in der oberen Grenze stehen und, was wir auch noch haben mit der MICD, sehen wir, dass die bullische Kraft ein wenig abnimmt. Das hat noch keine grosse Bedeutung, da wir hier noch ein bisschen Spielraum haben. Nichtsdestotrotz könnte es sein, dass wir hier noch ein bisschen runterkommen, ja, würde auch das Cup noch ein bisschen schöner füllen. Ja, wäre also möglich, dass mit diesem Cup und Handle tatsächlich eine Bodenfindung da ist. Ein Cup und Handle hat immer ein sehr grosses Target, wenn man bedenkt, wie man es dann einzeichnet. Ich würde es aber jetzt hier bei Crowd noch nicht einzeigen. Wir machen das dann bei einem anderen Coin, wo es gerade explizit ein bisschen stärker ausgeprägt ist, nämlich dann bei Rebels. So, das mal zu dem, dann gehen wir weiter. Crow, Crow, auch hier sehen wir sehr schön, wie sich die MA Ribbon langsam nähert. Man darf aber auch hier nicht vergessen, sobald natürlich die J Ribbon sich zusammenzieht, bedeutet das, es kommt ein Move. Es kann nach oben oder nach unten gehen, ja. Also klar haben wir Indizien und Möglichkeiten, ein bisschen zu erkennen, wohin die Reise gehen kann. Das auf jeden Fall. Aktuell ist es auch so, dass wir hier diese bärische Divergenz hier durchbrochen haben mit dem Ausbruchvolumen, wo wir über Nacht gefunden haben. Somit hätten wir tatsächlich jetzt die Chance, hier etwas Sinnvolles hinzubekommen. Und bevor wir jetzt hier auch ein Cap & Handle einzeichnen, liebe Freunde, habe ich hier eigentlich irgendwas Interessantes entdeckt. Und zwar können wir uns hier, jetzt muss ich hier schnell schauen, dass wir hier, ähm, ja, ne, bleibt so wie es ist, muss es so machen, so. Passt mir das ein bisschen besser. Ähm, ja, was jetzt hier natürlich möglich ist, ist, dass man hier, und da muss ich immer wieder sagen, passt mir sehr gut dafür, dass wir hier tatsächlich nicht die Finger verbrennen. Aber, was wir hier gerade aktuell sehen, müsste man auch noch anpassen, ist ein mögliches Ascending-Trial. Der Grund dafür ist, wir haben diese bärische Divergenz, wir haben das Volumen nach oben ausgebrochen, da kam letztens auch eine Frage durch das Coaching mit dem Volumentrade. Das kann man so natürlich relativ gut abstimmen. Es gibt aber auch Volumentrade-Indikatoren. Ich persönlich bin kein Freund davon, will es gleich mal gesagt haben, aber wenn man natürlich da ein bisschen mal sich rein einarbeiten möchte, kann man das gerne tun. So, was interessant ist an diesem aktuellen Level, ist für uns eigentlich der Bestandteil des Ascendings, respektive mit der Verbindung der J-Ribbon, die sich uns hier ein bisschen nähert. Man muss jetzt aber auch ein bisschen aufpassen, wir sind schon in einer gewissen Spitzposition, respektive wir sind hier an der Spitze, somit könnt ihr das bereits schon invalide werden oder invalide sein. Wenn man natürlich jetzt die Fibonacci noch dazu nimmt und uns natürlich dieses Niveau heranhaut, dann sehen wir sehr gut, wo das 0,382 ist. Und das ist eigentlich genau auf diesem Niveau, was wir brauchen, um zu sagen, okay, wir brechen nach oben aus, würden es bestätigen und werden somit bullisch. Und jetzt muss ich noch einmal ein bisschen zurückschleudern und sagen, achten Leute, wir haben bei Bitcoin mit den aktuellen Optionen eine wirklich grosse Bullenfalle. Auf der einen sieht alles ein bisschen Bullshit, sieht aus, als hätten wir den Bodenrechts, sieht aus, als hätten wir die Chance, überall ein Cup and Handle zu machen. Auch hier, sollte diese Sendung jetzt nach oben ausbrechen, wäre die Wahrscheinlichkeit da, auch hier ein Cup and Handle zu bilden. Das würde uns noch weiter nach oben bringen, als wir aktuell sehen. Somit halten wir hier das auf jeden Fall mit Bedacht und Vorsicht in der Hand. Laut den Datenfakten sieht es ein bisschen so aus. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass sie eher es sei. Und jemals, die eher mir den Wink geben, Achtung, wir brechen nach unten aus, als nach oben. Okay, das ist sehr wichtig. Das wäre eben auch für dieses invalide Pattern hier, weil man hätte eigentlich vor diesem Niveau hier ausbrechen müssen. Und deshalb gewichte ich das auch nicht wirklich stark. Aber auch hier seht ihr ein bullisches Szenario. Ansonsten würde ich hier behaupten, wir gehen nochmal runter, holen vielleicht einen doppelten Boden ab. Das werden wir dann sehen. WeChain, auch hier ein ähnliches Szenario. Ich werde das jetzt hier nicht noch einmal aufzeichnen. Auch hier haben wir die Möglichkeit, für ein Ascending Triangle hier schön nach oben zu kommen. Wir haben eine bullische Aussicht. Wir haben ein kleines Fake-Out gehabt hier oben. Darf man nicht vergessen, man könnte auch sagen, okay, wir zeigen das erst hier oben ab. Hätten wir vier Attachments auf der Widerstandsseite. Naja, also machbar. Aber ich lasse auch das hier so stehen. Denn auch hier sind wir langsam sicher im vorderen Bereich. Und auch hier würde es dann heissen, jetzt müsste man eigentlich ausbrechen. Aber die Indikatoren zeigen mir noch ein bisschen was Gefährliches. Und gleichzeitig eben auch bei Bitcoin kann man sich vorstellen, dass es da sehr, sehr grosse Liquidations gibt. Bei Ripple habe ich etwas ein bisschen vorbereitet oder ein bisschen vorgegriffen. Und zwar füllen wir hier ein schönes Cap & Handle aus. Ein wirklich schönes Cap, kann man sagen. Und was eben sehr interessant ist, ist natürlich dann dieser Move, wo ich bereits ja eigentlich schon angefangen habe, habe ich ja heute auch im Video erklärt, auf was man da genau achten muss. Ja, also es ist eigentlich dann ein Parallelkanal nach unten, somit eigentlich eine Bullfleck, die sich da auskristallisiert. Und dann hätte man natürlich dann noch einmal die Chance hier noch weiter nach oben zu kommen. Wäre möglich, optimal setzt man es hier, nämlich dann auch auf den Widerstand, respektive auf unsere Neckline. Ja, also auch hier immer sehr, sehr interessant. Und natürlich hätten wir hier unser Target, das wir nach unten ziehen und oben drauf setzen. Und somit hätte man die Chance hier mit Ripple, respektive XRP, wieder auf 47 Dollar Cent zurückzukehren. Und dafür braucht man natürlich schon noch das eine oder andere. Man hat natürlich die Möglichkeit, mit dem Cap & Handle, mit der Fibonacci auch hier zu arbeiten. Bis zum zweiten Target, das erste Target wäre dann ungefähr in dieser Höhe. Aber man hätte die Chance hier ein bisschen zur Arbeit zu sehen, okay, wo sind meine Widerstände und wo sind meine Supports. Aber auch hier warten wir ab, bis Bitcoin sich definitiv entscheidet, in welche Richtung es geht. Dann ist es für uns ein bisschen einfacher. Das Ganze vorzubereiten. Und ich habe noch einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, den wir auch nicht vergessen sollten. So, hier habe ich noch nichts gemacht. Wir sind hier definitiv ausgebrochen. Hier hatten wir ein kurzes Fake-Out nach oben. Da könnte man das so ein bisschen so justieren. Ja, auch hier eher Bullish, wenn man das Ganze anschaut. Bei Cardano, man weiss, Hardfork wurde im Übrigen verschoben um einen Monat. Das muss ich dann nochmal anpassen, wenn die genauen Daten draussen sind. Ob das auch der 22. oder 29. Juli ist. Werden wir dann sehen, Freunde. Also auch hier sehen wir, die Share Ribbon nähert sich zusammen. Und natürlich nähert sich auch die EMA 200. Aber auch hier könnte eine Bullfleck natürlich zur Verfügung stehen. Wir haben dieses Falling Wedge nach oben verlassen. Und gleichzeitig bildet sich auch hier, da man nicht vergessen, wieder natürlich die Chance für ein Ascending Triangle. Und so ziemlich genau mit dieser Neckline wäre also auch hier sehr gut möglich, dass wir weiterhin Bullish bestätigen werden. So, das wäre dann ungefähr so. Also sehen wir hier eine schöne Konsolidierung aus diesem Falling Wedge hinaus. Hier haben wir noch genügend Zeit, nach oben auszubrechen. Wäre also auch hier machbar. Die Indikatoren eher noch ein bisschen Bullish, ausser die RSI. Die gibt uns einen kleinen Winkel nach unten, passend zu allen anderen Aussagen. Aber hier sieht man auch, wie schön immer ein Pattern in einem Pattern funktionieren kann. Also hier aus dem Falling Wedge schön, wunderbar, schön hinein in ein Ascending Triangle. Also sehr interessant. Ja, was macht unser Sorgenkind Solana? Solana hat ebenfalls relativ stark zugelegt in den letzten Tagen, kann man sagen. Ja, hier ist es schwierig einzudecken. Kann man hier noch von einem Ascending sprechen oder ist man vielleicht bereits schon ausgebrochen? Das sieht man hier. Man muss aber auch fairerweise sagen, hier haben wir uns bereits schon Bullish gekrosst. Der Fächer schon ausgebreitet. Das ist beide sehr Bullish. Und wir nähern uns massiv der 200er IMA an. Also für Solana ist es sehr interessant und spannend. Das darf man nicht vergessen. Man könnte jetzt auch hier kommen und sagen, okay, wir hätten hier definitiv die Chance, ein schönes Cup zu sehen, wo wir bereits schon ein bisschen rüber aussehen. Also wir hätten das etwa hier. So würde das dann ungefähr aussehen. Wir haben hier aber ein bisschen Ausbruchs. Kein doppelter Boden, somit wäre es valide. Aber nichtsdestotrotz gefällt mir die Struktur nicht so ganz. Also würde ich dann schon eher auf ein weiteres Ascending Triangle tippen als auf ein Cup & Handle. Somit können wir die Augen aufhalten. Und die Frage wäre jetzt für mich da draussen an euch, seid ihr noch in Solana investiert? Habt ihr da alles abverkauft? Und habt ihr gar nicht investiert, weil ihr gedacht habt, das ist mir definitiv zu heiss, dieser Tobak? Aktuell wäre es dann eigentlich so. Also so wäre es eigentlich eine saubere Tendenz, wie man das sehen könnte. Ja, ungefähr so. Sieht eher danach aus, als wären wir schon ausgebrochen. Jetzt findet eine Bestätigung statt. Da warten wir noch ab. Es kann sich auch hier eher etwas anderes ausschlichten. Da muss man mal aufpassen, dass man sich nicht zu stark auf das konzentriert, was man gerne hätte, sondern das, was man dann wirklich findet. Und hier haben wir zum Beispiel eher ein Rising Wedge, das steil ist, was hingegen wieder passen könnte zu einem Ausbruch nach unten. Und das wäre dann auch dementsprechend so plus minus dann machbar. Wir sehen, dass hier die RSI nach unten winkt die MACD flacht ab. Also ist es eher ein Rising Wedge als jetzt hier etwas anderes. Und wenn ich hier nach oben gehe, sehe ich auch meine gewissen Levels, worüber wir achten müssen. 0,382 bei 34,776 wäre eine Bestätigung für den Ausbruch. Können wir so stehen lassen. Das sieht auf jeden Fall positiv aus. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen Super-GAU bei Ethereum-Leute. Und da haben wir nämlich das Problem, dass wir hier eine Tendenz haben, eine Bear-Flag. Und diese Bear-Flag, die ist echt traurig, weil da fällt einem ja fast, jetzt hätte ich fast etwas Grausiges gesagt, aber da fällt einem fast etwas ab, was einem eigentlich nicht abfallen sollte. Ja, wir haben ein Target von 230 Dollar. Und das klingt jetzt erst einmal brutal, aber sollte Bitcoin wirklich runterfallen und natürlich Celsius mitreissen und wir führen theoretisch auf die 7'000 Dollar runterfallen, dann wären diese 230 Dollar gar nicht mal so verkehrt. Also wir haben hier ein Wimpel, was wir hier aufbauen, nicht eine Fleck, einen Wimpel bauen wir hier auf, mit einem Target hier auf 32 Dollar. Und die 230 Dollar, kann man jetzt noch sagen, wir stehen aktuell hier wunderschön in der J-Ribbon. Wir sehen auch hier, wie die EMA 200 zusammenkommt. Also wir engen uns zusammen, Freunde. Was aktuell ein Fakt ist, ist, dass das eher, aber das habe ich auch schon gesagt, bei einem Wimpel und bei einer Fleck ist das nicht ganz so wichtig. Also bei einem Wimpel erst recht nicht. Da kann es bis zur Spitze gehen, bevor es runtergeht. Also sollte das Augenmerk aktuell ganz klar auf diese Spitze getrieben werden oder respektive, man muss diese Spitze beachten, um zu prüfen, wo wir eben durchkommen können. Die Targets sind da relativ klar gelegt. Man kann aber fairerweise sagen, okay, wir schauen uns mal an, wo die Reise hingehen kann. Man hat natürlich hier beim 0,5er die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir hier wieder zurückprallen werden und das wäre dann bei 754 Dollar. Also bei jedem Hodler da draussen wäre es aktuell spannend, um die 800 Dollar herum gestaffelt, wieder sein Hodler-Portfolio aufzupeppen, indem man verschiedene Spotkäufe vorbereitet. Das und nicht mehr gibt es aktuell aus den Altcoins herauszusehen und zu lesen. Ich hoffe, ihr konntet dem einen oder anderen etwas helfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Ansonsten sage ich Tschüss aus der Schweiz, bleibe gesund und natürlich bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.